einen wunderschönen da bin ich mal wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einer neuen folge vom ersten bis zum letzten stich heute kommt der linke arm weiter dran und hier wird auch noch was gemacht da werden dann zum schluss zwei videos online geschalten da könnt ihr euch auf was schönes freuen ich mache jetzt hier erstmal wieder einen cut und mache dann halt wieder so zwischenberichte wie weit wir gekommen sind bis gleich noch nicht Noch nicht. Mutti. Es ist alles noch okay. ... Ich denke, ich habe einen Kampen-Full-Sex. Der ist sauber! Fertig? Super! Wartest du einfach mal eine Woche oder was? Wenn es abgehalten ist und uns das letzte so ein Abgehaltetbild Dann haben wir es wahrscheinlich schöner sehen als wir jetzt Weil jetzt passt ein Haufen Blut und Reiß drauf Von blauer Farbe immer noch wieder zwischenmach Die Sonne süß, wirst du? So Und falls der Grau da wirklich zu hell ist, da zu dem anderen Grau Musst du einfach eine Schneidze an Ja, dann machen wir nochmal ein Stück dunker Genau Gut